Jo, hallo, hallo, willkommen zurück zum Let's Play Traumorin, wir sind immer noch hier, äh, es war ja traurig, let's play ultra-truck, oder was soll ich nennen, eigentlich, äh, wir sind immer hier, wo wir letztens aufgehauen haben, und wir stehen in Traumorin, dort wo wir das Problem haben, ein paar können, und dann gucken wir mal zurück zum Fachmord, ob das ist die einzige, d, äh, ob das ist die einzige, ist, die man nehmen kann, uh, also Traumorin, und, Sattel-Tieflader, was war das jetzt grad, ich hab mich hier mal nachgedacht, ach so, ich muss mich abbringen, genau, oh, das war so blöd, ey, das geht mal so schnell, Sattel-Tieflader, äh, Tonnen nach Sezin zu TCC, Sattel-Tieflader, äh, 10.000 Euro ist irgendwie dafür, naja, ähm, wo steht den Ziel? Ich meine, im letzten Endeffekt, ich schaue den Tieflader auf einem Ort, ne? Egal, hat auch nicht funktioniert, das ist wohl schon mal nix, sehr gut, fuck, wow! Oh! Meine Framerate ist da nicht amkern, warum? Na, das ist... So, das ist ein bisschen, um... Ich hab's da bleiben, um meine Versuchung, ähn, 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 ähn... 336 Kilometer, naja... Gut, ich hab noch ID-TT meinen so viel, ein Lehmann oder ein Garten, oder... Na ja, wir gucken, wuuuhuuffuuffuuffuuffuuff. Gut, ich schaue dem nächsten Bild, der kann mal aus, und dann mit... ... 10... ... Ähn, was? Ich muss unbedingt meinen Traum im Rieschwein nicht immer hier zu Ich muss es umbretten sein Ich muss es nur als Profi-Trucker Oh man Oh man Na ja, bitte mal Okay Gut, das ist doch gerade abgeschätzt, wie das ist Was ist? Ja, heute gute Wälder, wenn wir am Rieschwein sein Kommt Fahrt Ja Ich bin hier oben Ich bin hier oben Wieso kommt die Straße nicht so brem vor? Gute Tage So, ähm Wir fahren jetzt die selbe Strecke wieder raus Wir werden jetzt reingekommen Die Strecke Ich fahre ein bisschen viel in der Stadt Eigentlich so bis 50, 60 oder 80 Aber ich fand schon fast 80 Aber naja Wir hätt' ich noch da auch schon In der Türche Katrin, ne? Wovon wir am Rieschwein auch noch souverän Und dann natürlich auch weiß So mit 85 Kamer Ne, ne, ich bin hier oben auf Kamer Ich fuhre ein bisschen leer, ne? Hm Hm Ist man das hier einmal, äh Das ist das für eine komische Karte Der rote Ah, fuck, der Fett da Ah Bleib Du bist Uuuuuh Oh Oh Ich froh, ich nur was man aufschlässt Hey Tereyhund Tereyhund Wollt 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 Neunzehund Wir können ja noch die Autobahn Schlaf gehen Allerdings erst wenn es ganz spät ist Oh Was ist das hier für eine Scheiß-Kurve mit der Ausfahrt, ey? Mein ich kann mich nicht erinnern, dass die Ausfahrung so lange war. Wir wollen es schon um den Tarnstelle, allerdings mit dem Tarnstelle. Schon voll braun. Ja, das weiß ich mal. Tag muss man nicht. Ich glaube, in der Nähe, Tagschall, Moment. Ja, ich kann mich nicht mehr schlafen. Ich kann mich nicht mehr schlafen, wie er jetzt hier... Ich kann mich nicht mehr schlafen. Ich kann mich nicht mehr schlafen. Ich verstehe mich noch. Ich verstehe mich noch nicht mehr. Ich bin noch circa etwas. Wir müssen jetzt eine Pickerspray wegzanten. Der Interferdungslose kann uns rechnen stellen Jetzt ist eine Ruhepause und dann gehts weiter um 4.26 Uhr Das ist das was ich wollte Und nichts Ja ich habe jetzt noch 5 Stunden mit dem Ruhepause Und jetzt sind wir jetzt bei 9 Stunden Einmal wieder mal pennen Jetzt müssen wir die Toten auf 10 Stunden Und dann geht es um 3.30 Kilometer Oh Quatsch 6 Kilometer zu hoch Das ist eigentlich nichts Meer Sollte ich relativ zu gehen Ich habe ja im letzten Port für den 27 Ich habe hier um den Strach gefahren Wo ich echt kein Wort habe Bei Traumigkeitskönnen Mit den Grafstabeln auf den Boden Und 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 15 und 20 Minuten zu halten Halb Stunden ist mir eigentlich zu lang Das kommt schnell, ich glaube eine halbe Stunde guckt ihr gerne an Freiwillig Es ist hier um 50, da kann ich meinen Boah! Wenn ich glaube das schreit eigentlich Tränen wir mal Okay, gut zu hoch über die E-Zensoren Das soll ja nicht Ich werde mal Outrutschen oder sowas aufhalten Hier sind Berge Hier sind Berge mit Heuballen Also ich muss sagen, die haben Die Grafik an meinen Stellen nicht schlecht gemacht Eigentlich Dabei will ich nicht mal für so Grafik gehen Weil das macht meine Framerate dann nicht mehr Schon hab probiert Hab so auf mittlere Etwas höhere Grafikstufe gespielt Und Das war das erste Resultat Die Framerate Die waren da bei 31 Jeter Sondern Die waren bei 8 Oder 4 Und Da hat man Unkönntes Bild Und Soll ich mal wieder nicht Hier Es geht nur Ich glaube nicht Ich glaube nicht Das ist überkann Doch Ach du Scheiße Ach du Scheiße Uiuiui Da sollte Zurückspulen Und Mein Link Ähm Gut Ich will schon Das war gerade etwas knapp Aber Ich bin 14 Jahre alt Das müssen wir viel LKW Aber Nein Ich habe auf oben Machen Ich habe auf oben Das muss man sagen Doch Weil die Framerate unter 20 ist Fängt es leicht an Zurück Zurück Das wurde mir gerade voll Der Framerate unter 20 Nein Geil Also die Schöne der physische Ich müsste ja auch anfangen Mit dem Spiel vorzunehmen Ich müsste hier sämtliche Grafikeinstellungen Das habe ich nicht öfter Ich habe schon mal Tester davon gemacht Ähm Die Grafik Die Framerate Die Framerate Und die Frame Sites So wie ich es mal Also die Die Doch die Framerate Genau Ich habe es nicht mal Versucht Höh Ich habe ja nicht öfter Das ist so Schöne Ja Hier Ich habe durch den Schanglitz er horn In der Euroform Wo war Oder wo mir Und ich habe nur noch Kaumato gehabt Und Ich habe das Social Phone Auf Allerdings Fähre dann Wie durch so eine Musikpokke schranken Durch Das ist eigentlich Höh Höh Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjnjjjjjjjjjjjjjjjjjjja Außerdem der sieht das Blinker, also kann er aufhören. Ne, wie gesagt, das ist der gute Sprache schon gelegen, die man da fährt. Und das bringt doch doch auch nichts. Über dieses Umspannbärchen. Aber was ist sein soll ich mal? Aber was soll ich mal wiedersehen? Das sind WF-75 Kama. Wundt man nur noch bei 114 Kama. Wundt man nur noch bei 114 Kama. Wundt man nur noch bei 114 Kama. Und jetzt? Wundt man nicht die Schwung, oder was? Wundt man nur noch bei 14 Kama. 4 Kama. 5. 121 Kama. 7. 2. 4. ich habe es gerade nicht gejuckt Ah, immerhin abwechslungsreich, immer als der Strecke, Was ist das denn? Immer mit den Maul, immer ohne Maul Immer mit den Maul, immer mit dem Maul Immer mit dem Maul, Gott Raph Jetzt sind wir noch ein Lanzer auf vorne Aber nicht zu Lanzer, ich werde nach oben kommen Er geht nur so mit den Ziehen, Junge Das tut mir auch nicht mehr, okay Ja, wir werden vielleicht gleich ausgehen, oder? Ja, also muss ich was schon mal Geht nicht weg Was ist das denn ein Leitungs? Schuh geblendet nicht mehr Entfernt nicht mehr 2 an, oder? 2 an, oder? Witzig,バt ja Der Leitzeit wird noch nicht raus 50? Auch hier und die Strecke schon rein Ich muss noch mal wegfahren, in diesem... was soll ich mal sehen sein? Oh, nee Das ist doch eben stehen jetzt Ich bin wieder im Nachhinein. Ich bin wieder in den Lingshorst. Ich bin wieder in den Reaktionen. Wenn ich noch ein paar Leute zu verlassen habe, ist das eine andere. Oh man. Ich bin wieder im Nachhinein. Ich bin wieder im Nachhinein. Ich bin fertig. Enten scheint, wer es dürblich, jetzt ist es ein Wurst. Enten ist wieder so ein Denizermed, da gibt es noch raus. Enten ist Maitrecher, der Gras durch. Maitrecher, der Gras. Maitrecher, Maitrecher. Ja, die Schrecke, die bin ich schon. Ich kann mir überhaupt keinen Vorz. Ach, jetzt soll ich auch verfickte Blutzei. Ich kann doch nur Schlechtkeitsbrennschild hier. 70, ne, ich fand das nur irgendwie 70. Ja, aber Leute, hier ist 70 oder auch nicht 60, ne? Oh, ey, die waren niemals. Waren die 65. Blutzei kann ich jetzt mal. Leute, hier ist neulich erlaubt. Kommt immer unsere Gals hier vor. Mein, was, ey. Die Schein-Müse, die Zahl verzählt, ne? Bei 70, ne? Bei 70, ne? Wie, logisch. 60, ne? 90, 80. Könnte so. Ne, ich fand ja irgendwie. Könnte aber auch Stürmer, hab schon gesagt. Ne, äh, kommt nicht von euch was. Ja, ich bin ja wohl, ich bin eh schon wieder. Ja. Wie, wo es kommt kein Auto, man? Wundern, ich hinten nennen. Wie schaute. Was war die Kooten vorbei oder was? So, das ist k*** Oh, wir haben sie wieder Äh Äh Nöjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Kom Bing, 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 Bing. Man muss ja auch ein Schaar in der ihr sovredenbeugt. Enrenopremium Mein Rennopremium größer glaube ich 6 stunden problemen zweiter ich will schon drüber zweiter Vom B Vom Also ist das ein bisschen ja 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 film ja ja die 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 Scheiße Ach man, das ist doch uncool Nur diesen verfuckten Kastell Oh, du hast schon gewonnen, so du Hey, gut, ich weiß, wie es ein Molverbot Muss ich vergrüßen Oh, ich weiß, wie es denn Ich weiß, wie es denn Ach, das ist doch Ich weiß nicht, sondern kein Problem Ich muss nur aufpassen hier nicht, dass der Ausländer einen Höhepunkt sind auf die Brunner. So gibt man schon einen Höhepunkt, der da ist. Oh ich kann eigentlich diese Tiff-Labs-Tonnie... Das ist doch hier... Zweig Stück. Oh... 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 Ich muss jetzt nach... Links... Und dann greifst du die erste Seite rechts. Du bist ja auch nicht mehr sehen. Juri ist grün! Boah! Ach, warum? Er ist immer so vorn, du Affe aus der Rote. Ich bin voll von schrägern, ey. Hier kommt der Grün von... Maaai ist hier auch, ey. Joom. Joom vallt, 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 vallt. Oh. Idiot. Oh, einfach. Mann. Nee. Ja, die haben sie wohl schon in meinem Leben gehabt. Aber die beiden schrauben doch unten durch. Ach, also die sind... Also die haben wir verspreit hier. Ich weiß... Huch! Verlass ich nicht. Ey, ey, ey! Malin! Was war denn das jetzt? Fuck! Mann! Alter! Jut, ich werde dann, wenn ich, ähm, nicht mehr aufnehmen... Ich werde dich dann in die Workshop... ... vorwinden... ... 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 Aber jetzt ihn doch erst wieder in die Beschreibung! ...ich bleibt nur noch nicht. Oohh! Der Vorgelm Jeks! Oohh! Ja. Jungen, was solltest du denn? Oh mann-ma-mirer! Bici! G NIE PESER Was ist denn das so für ein König gewesen eh? Mann, Mami, nirgert Oh ne Fertig nach dem Boulage mit 0% eh Mit hier auch großen Scheiß Tasse mit 10% und Truck und beim Trailer haben wir auch 2% Ah! Aaaaaah! NMMMMMMMM! Keinemann kurz nie geht Was ist das? Das war's für die Folge, bis zum nächsten Mal, tschau!